Hallo, Lessons at Home wieder hier. Heute Ökosystem C, der erste Teil. Ich habe dieses System ausgesucht, weil es häufig im Unterricht drankommt. Und los geht's! Eine kurze Einführung. Was ist ein Ökosystem? Ein Ökosystem zerfällt in zwei Komponenten, nämlich den reinen Ort ohne Leben. Das ist das Biotop, der Lebensraum. Und die Lebensgemeinschaft, das nennt sich Biozynose und die Summe aus beiden, ist das Ökosystem. Das Ökosystem ist eine mehr oder weniger theoretische Konstruktion, ein geschlossenes System. Dem kommt der Flaschengarten noch am nächsten. Und in diesem geschlossenen System sind Stoffe. Und diese Stoffe kreisen in einem Kreislauf. Dieser Kreislauf der Stoffe wird angetrieben von einer Energiequelle und das ist in der Regel die Sonne. Und dieses System gibt auch wieder Energie ab. Das heißt, wir haben eine Energie-Einbahnstraße. Energie wird aufgenommen. Energie wird abgegeben. Die Form, in der Energie aufgenommen wird, ist in dem allermeisten Ökosystem das Sonnenlicht. Deswegen mache ich das jetzt hier mal gelb. Und die Energieform, in der die Energie aus dem System wieder abfließt, ist in der Regel Wärme. Und jetzt kommen wir zum Ökosystem See, sprich Kapitel 1, Erlen-Weidenzone. Das theoretische Modell eines Ökosystems ist in der Natur natürlich nicht immer so verwirklicht. Ihr seht hier ein Fließgewässer. Da wird es schon schwierig mit geschlossenen Systemen. Man sieht förmlich, wie Stoffe reinkommen und auch wieder das Ökosystem verlassen. Trotzdem dient das Ökosystem als Modell. Dem theoretischen Modell eines Ökosystems, eines geschlossenen Systems, kommt man schon sehr viel näher, wenn man ein See nimmt. Drum ist der See ein sehr beliebtes Schulbeispiel für ein Ökosystem. Das Ökosystem See ist gegliedert in mehrere Zonen. In der heutigen Folge meiner Reihe über das Ökosystem See will ich euch die erste Zone vorstellen, die Erlen-Weiden-Zone. Hier sieht man den typischen Übergang von einem Landökosystem zum aquatischen Ökosystem, also Ökosystem See. Ihr seht hier vorne die Erlen-Weiden-Zone. Da steht eine Erle. Ein bisschen weiter rüber seht ihr die Weide und die geht über in die Schilfzone. Aber die ist heute nicht Thema, sondern die Erlen-Weiden-Zone. Dort kommen eben, wie der Name sagt, Erle und Weide vor. Warum das so ist, verrate ich euch jetzt. Die Erlen-Weiden-Zone ist für viele Pflanzen ein gefährlicher Ort. Ihr seht hier an einem Schilf, dass hier dauerhaft Wasser steht oder jedenfalls ziemlich häufig. Die meisten Pflanzen können das nicht vertragen. Das kennt ihr alle von zu Hause, wenn ihr Blumen zu sehr gießt. Dann verfaulen die Wurzeln und dann sieht es absurderweise so aus, als würde die Pflanze vertrocknen, weil sie eben kein Wasser mehr über die Wurzeln aufnehmen kann, die ja verfault sind. Das seht ihr hier sehr schön an diesem Baumskelett. Bei dem sind die Wurzeln verfault und deswegen konnte dieser Baum nicht auf die Dauer überleben. Das ist ein Erlenbaum, der sich hier halten kann konkurrenzlos, weil es ihm nichts ausmacht, wenn seine Wurzeln permanent im Wasser stehen. Das ist die typische Blattform von der Erle. Ihr seht ein schön grünes, im Umbriss etwa eiförmiges Blatt. Noch sicherer erkennt ihr eine Erle an diesen Zapfen. Erinnert etwas an Tannenzapfen, hat aber damit nicht so viel zu tun. Das ist praktisch eine leere Frucht. Unter jeder so einer Schuppe war früher mal ein Samen. Der fliegt aber mit dem Wind davon. Wir können die Samen jetzt nicht mehr sehen. Aber an diesen Zapfen-ähnlichen Gebilden erkennt ihr eindeutig, das ist eine Erle. Was ist die Erle? Nicht zur Freundes im Wurzelsystem der Erle kommt. Und die zweite Anpassung ist die an einen besonders nährstoffarmen Standort. Sie lebt in einer Symbiose mit einem Pilz in den Wurzeln. Und dieser Pilz gewinnt aus dem Stickstoff der Luft Nitrat. Und das wiederum kann der Baum als Stickstoffbelle benutzen. Kommen wir zu der anderen Pflanze, die typisch ist, der Baum Weide. Ja, der ist nicht immer ein Baum. Ihr seht hier links ein Schilf und rechts daneben dauerhaft im Wasser stehend Weide. Sieht mehr aus wie ein Busch. Kann aber ein Baum werden, wie ich euch im nächsten Bild zeige. Ich stehe hier unter einer Weide, einem Baum mit dem Namen Salix. Und der wird richtig hoch. Keine Ahnung, schätze jetzt einfach mal 20, 30 Meter. Er ist sehr widerstandsfähig. Er verträgt es sehr gut, wenn irgendwo mal ein Ast abbricht. Überhaupt kein Problem. Er wächst woanders ein neuer nach. Der ist also richtig zäh. Und was kann der Besonderes? Er bildet eine andere Möglichkeit aus, Fäulnis zu verhindern. Nämlich eine Chemikalie mit dem Namen Salicylsäure. Der Name kommt von Salix. Das ist eben der Name dieses Baumes. Und die Säure, die er bildet, verhindert Fäulnis. Also hemmt Bakterien und Pilzwachstum. Schon 400 vor Christus kam Hippokrates auf die Idee, daraus irgendeine Arznei zu machen. Ihm war also klar, dass es Fieber lindern kann. Das hatte aber eine unangenehme Nebenwirkung. Nämlich, es greift den Magen an. Also allzu viel von dem Medikament von Salicylsäure kann man nicht nehmen. Deswegen, ja, man kann sagen, die Nebenwirkungen sind teilweise schlimmer als die Heilwirkung. Deswegen hat ein Chemiker namens Charles-Frederic Gerard ein Medikament entwickelt, bei dem er das modifiziert hat. Das heißt Acetylsalicylsäure. Das kennt ihr alle als Aspirin. Dieses Aspirin senkt das Fieber. Außerdem ist es mit das verbreiteste Mittel gegen Kater. Äh, tschüss. Außerdem wirkt es blutverdünnt, weswegen Herzinfarktpatienten das dauernd nehmen müssen, um weitere Infarkte zu verhindern. Woran erkennt man eine Pflanze? An ihren Früchten und ihren Blüten. Ihr seht hier eine typische Weidenblüte. Kennt ihr auch als Weidenkätzchen. Da vergnügt sich gerade eine Biene drauf. Das Besondere ist, die Weide gehört zu den etwa 20% der Pflanzen, die zweihäusig sind. Das heißt, es gibt männliche Weidenbäume und weibliche Weidenbäume. Ihr seht hier ganz viel Pollen, also reden wir hier von einer männlichen Weidenblüte. Das ist eine reife Blüte, eine weibliche. Ihr seht da so einen Schleier drüber. Also die weiblichen Blüten, die gehen hervor aus den typischen Weidenkätzchen, die eben nicht so einen gelben Staub außenrum haben. Und das ist jetzt verblüht. Und die Samen sind fertig. Und das ist dieser Schleier, der da drüber ist. Das sind Flugsamen. Die verlassen bei gutem Wetter, so wie heute, bei 24 Grad, den Fruchtstand und zwar mit dem Wind und beginnen ein neues Leben als kleiner Keimling einer neuen Weide. Und das sieht dann so aus. Das sieht aus, das sieht hier aus, als würde es schneien. Aber seht ihr das, Leute? Ganz viele... Meine Güte. Boah, jetzt ist es heftig. Da liegen nun in Massen die Flugsamen bereit auszukeimen. Das war aus meiner Reihe über das Ökosystem See. Der erste Teil über die Erdenweidenzone mit dem Porträt der Erde und der Weide. Bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Da könnt ihr Lessons at Home abonnieren und da geht es zu den anderen Videos, die ich schon hochgeladen habe.